Herzlich willkommen und vielen Dank beim Wiedereinschalten. Heute geht es um ein weiteres Messer der Marke Messerfieber und es geht heute um das sogenannte Sharky. Das seht ihr hier. Das ist ein Ogul Khan Ooster Design. 50 mm Klingenlänge, 120 mm Gesamtlänge, N690 Böhlerstahl, Stonewash Finish, 60 HRC, gehärtet. Bezugsfälle bei der Firma Messerfieber. Facebook, Instagram oder YouTube. Genauso wie Homepage oder eben auch direkt WhatsApp, E-Mail. 60 Euro wird für das Messer beaufschlagt hier. Aktuell zum Erscheinen dieses Videos ist das der Preis. Ja und ganz kurz zum Karton. Hochwertige Magnetbox. Hatten wir schon öfters jetzt gesehen. Gefällt mir nach wie vor ganz gut als Verpackung. Und ja, sehen wir mal kurz das Messer und gucken uns die Scheide einmal an. Ich habe ja schon viel gemeckert über die Lederscheiden. Ja, bei der Kaideckscheide habe ich da recht wenig zu meckern. Das ist für mich ein Volltreffer hier. Das ist super verarbeitet, finde ich. Und das Messer sitzt einwandfrei in der Kaideckscheide. Hier, da klappert nichts, gar nichts. Ihr habt auch schon am Rastgeräusch gehört, wie genial das sitzt. Einzige ist, aber wirklich, das weiß jetzt nicht, ob ich damit recht habe, hier fehlt vielleicht ein Drainageloch. Bin mir aber nicht sicher, weil es ist ja eigentlich als Neckknife gedacht. Und da hängt es ja sowieso so rum. Und Flüssigkeiten würden nach unten laufen, wenn überhaupt beim Neckknife das so zutrifft. Ja, ich versuche mal vergeblich hier nach einer Daumenrande zum Drücken zu suchen, weil ihr seht, da ist die Flosse. Das ist wirklich ein Messer, was man um den Hals trägt und zieht. Dafür ist es gedacht. Und ihr seht schon, es hat eine außergewöhnliche Klingform. Und ja, mal gucken, wie außergewöhnlich ich hier den Titel wähle für dieses Messer. Ja, oder das ganze Messer ist sehr außergewöhnlich. Ihr seht, Sharky, das kommt ja nicht umsonst. Man sieht Ähnlichkeiten zu einem Hai hier. Ja, man hat hier quasi das Auge, die Kiemen, die Flosse, die andere Flosse und da hinten noch den Rest dazu. Ja, und daher kommt das, ja, grinst mich quasi förmlich an. Hier so ein bisschen der Hai nicht schlecht gemacht vom Design her. Und ich verfolge auch regelmäßig diese Auktionen, die auf YouTube stattfinden. Und das Messer wird auch angefragt. Das war beispielsweise gestern Abend so, konnte ich sehen, dass man das Messer in die Auktion haben wollte. Aber Achmed wollte das nicht versteigern. Ja, es ist eben ein Stahlbeulen hier ohne Griff, wo man eine vorgegebenen Handposition hat, eben durch durch einmal das Loch, wo man den Zeigefinger durchsteckt und den Mittelfinger, der hat hier seinen Platz, der Ringfinger hinten seinen Platz und der kleine Finger, ja, der ist überflüssig, sitzt aber sonst, wie gesagt, sehr stabil in der Hand, aber eben vorgegeben. Damit muss man klarkommen. Also hier irgendwas anderes zu versuchen, ist sinnlos. Das ist wirklich ein Messer, was man zieht und dann seine ziehenden Schnitte damit macht. Genau. Die Schneidphase, die kommt jetzt schon von mir. Das ist schon eine Spiegelpolitur. Ich konnte einfach nicht anders bei dem Messer. Einfach, es wirkt optisch einfach ein bisschen cooler, wenn das schon so richtig schön glänzig ist dort. Und daher musste ich das unbedingt abpolieren. Superscharf, rasiert. Zeige jetzt nicht, aber glaubt es mir, die Armhaare springen weg. Kommt aber auch schon relativ scharf aus der Box. Natürlich nicht mit so einer tollen Politur dann drauf, sondern eher so, dass man hier die maschinellen Schritte da noch drauf sieht. Kommt nichtsdestotrotz mit einer mehr als guten Gebrauchsschärfe, so möchte ich es jetzt formulieren, zum Papierschneiden und so weiter. So wie der Achmed das mal vorzeigt, das ist gar kein Problem mit diesem Sharky hier. Ja, es ist, wie gesagt, mehr so eine Art Gimmick, Sammlermesser oder auch, wenn man so ein bisschen einen coolen Eindruck vermitteln möchte, so würde ich das jetzt eher einstufen. Von der Praktikabilität hier ist das natürlich sehr eingeschränkt. Wie gesagt, Zineschnitte, Boxcutten, ja, vielleicht auch irgendwas schneiden, Gemüse, Würstchen oder sonst was. Das geht damit auch noch ganz gut. Ist eben auch sehr pflegeleicht, weil man es dann einfach nur abspülen muss nachher und dann ist das quasi gegessen hier. Da kann nichts hängen bleiben, gar nichts. Das ist eben ein ein riesen Vorteil. Ich habe hier unten immer noch so eine blaue Farbe. Ich weiß nicht, woher die kommt. Müsste ich mal richtig mit dem Schrupper durchgehen. Da scheint auch irgendwas von der von der Produktion übrig zu sein. Ja, wir haben hier auf der Vorderseite gar nichts draufstehen. Sehr, sehr clean gehalten. Und auf der Rückseite steht Messerfieber mit Logo. Ja, so ist die Klinge gemacht. Ihr habt ja vorhin schon die Daten gesehen. Wir können ja trotzdem noch mal rüber messen. Oder ja, fangen wir doch mal an mit, was für eine Dicke haben wir hier. Wenn man so was griffloses hat, ist das ja immer ganz hilfreich, hier eine etwas stärkere Klinge zu haben. Das haben wir auch mit knappen 4 Millimetern. Ist das schon etwas mehr Material, was man hier hat. Ist jetzt auch hier, ja, was würde ich sagen. Ich habe es nicht gemessen. Ich denke 0,5 sind wir hier auch runter. Das dürfte durchaus sein, dass das hier eine 0,5 war. Schneidphase. Das habe ich jetzt aber nicht nicht gegen gemessen, wie bei den anderen Messern. Steht hier auch nicht so im Vordergrund. Für mich hat dieses Messer einen anderen Wert, als jetzt, dass es zwingend arbeiten oder praktisch sein muss. Das ist schon etwas, was man optisch mal anschaut, ja. Die Kanten hier sind gebrochen. Könnte ein bisschen runder sein, für meinen Geschmack, aber muss nicht sein. Also kein Verletzungsrisiko oder so. Ja, das ist schon die schlimmste hier oben, aber das geht noch. Damit kann ich jetzt auch leben, ja. Ja, zu den Maßen nochmal, ja. Verifizieren wir das Ganze nochmal. Die Gesamtlänge, ja, das passt mit 120, 12 cm. Und die Klingenlänge liegt jetzt hier gemessen, wenn wir da quer rüber messen. Ja, 5,5. Ja, könnte auch irgendwas ein bisschen mehr noch sein. Und das große Loch hier für den Zeigefinger 2,4 würde ich jetzt sagen. Das dahinter für den Mittelfinger liegt bei 2,3 ungefähr. Beim größten nur, dass ihr so, wenn ihr etwas größere Finger habt, dass ihr das mal verifizieren könnt, ob das passt. Bei meiner Handschuhgröße 9,5 passt das klasse. Ja, das ist wieder so ein Finish nach meinem Geschmack. Wir haben hier gestrahlt. Steht hier zwar Stonewash, sieht aber eher aus wie gestrahlt hier. Und hier unten ist es eben satiniert maschinell. Ja, finde ich einfach super, wie das hier aufgebaut ist. Und ja, gefällt mir vom Finish toll, weil es eben so ein Two-Ton-Finish ist. Und ja, das kommt immer an. Ihr seht hier unten, die Kanten sind hier super gebrochen. Das ist nochmal überarbeitet worden hier. Quasi nochmal angesenkt, damit das schön sanft hier in den Fingern liegt. Was haben wir sonst noch zu dem Messer zu sagen? Wir könnten vielleicht nochmal einen Größenvergleich starten von dem Messer. Victorinox 91mm Modell. Ja, fast so groß wie das gesamte Messer. Aufgeklappt erscheint es wirklich gigantisch zu dem Messer wieder mal, weil es ein doch sehr kompaktes Messer ist. Wir haben hier einen Enzo Neckar 55, meine ich, ist das hier. Seht auch, das ist eine andere Liga hier, wohl von der Schneide her. Dadurch, dass wir so viel Bauch haben, wenn ich die jetzt abrollen würde, werden wir ähnlich. Ähnliche Schneide haben wie beim Enzo Neckar. Ja, aber hier ist eben noch ein bisschen mehr Griff dran. Was hier nicht ist, ist eben aber auch ein anderer Messertyp. Und dann natürlich immer noch gerne das SEISULA lege ich auch ganz gerne immer mal wieder daneben. Auch hier Schneide ist länger beim SEISULA, Griff ist länger, ganze Messer ist länger. Dann habt ihr das ungefähr zum Einsortieren, wo das Messer landet. Sonst gibt es dazu nichts zu sagen. Es ist für mich wirklich so eine Art Sammlermesser, beziehungsweise wenn ich ein bisschen auffälligeres Messer haben möchte oder ein bisschen witziger, ob das jetzt sozial verträglich ist, ja oder nein, das weiß ich nicht. Ich bin eher auf der Seite, ja, es ist sozial verträglich, weil es witzig aussieht und kommt jetzt auch nicht darüber, dass es hier mega aggressiv ist oder ein Kampfmesser darstellt. Es würde sich auch überhaupt nicht zum Kämpfen eignen hier aus meiner Sicht, ja, weil es eben doch sehr eingeschränkt in der Hand liegt. Ja, man hat hier wirklich relativ wenig Optionen. Das ist die Hauptoption, ziehende Schnitte und dafür ist es auch gut und ich glaube auch, dafür ist es auch gedacht. Ihr bekommt hier in dem Paket eine tolle Kaideckscheide, an der wirklich nichts auszusetzen ist, die super snappy einschnappt. Ja, und das Ganze für 60 Euro, das ist durchaus schon noch vertretbar, finde ich, für das Messer hier. N690 Stahl, das ist schon etwas Hochwertigeres und ihr habt ja gesehen, bis 60 HRC soll der gehärtet sein hier. Ich habe jetzt damit keine großen Schneidaufgaben gemacht, sondern habe das mal ein paar Stunden getragen, geguckt, aber durch den flachen Aufbau lässt sich das eben auch sehr angenehm tragen, muss ich auch sagen. Ja, im Grunde genommen wäre es das alles, was es zum Messer zu sagen gibt. Vielleicht nochmal ein paar Ausschnitte dazu, ein paar Close-Ups jetzt von mir und ich bedanke mich schon mal bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.